What we do is rockbeat Guten Tag, da sind wir wieder In einer Folge mit Frau Wie heißt die? Piccolini Ich weiß das selber nicht mehr richtig Aber eigentlich haben wir mit der jetzt schon alles gemacht, oder? Haben wir das jetzt schon alles? Wir können ja mal so frei sein Geh mal hier hin Wer ist hier hin? So Ja, interessant Auweia, ja! Der Punktewürfel! Du verdienst dir Steine, indem du Rennen gewinnst oder Pizzas ausfährst Ob du dich für Pepper, Mama, Nick oder eine andere Figur entscheidest Rot ist für die Champions Blau für den zweiten Platz Gelb für den dritten Platz Und Grau Grau heißt, du hast noch gar nicht angefangen Okay Also wir haben das bei der Tankstelle noch nicht gemacht Hätte ganz vergessen, dass man da auch was machen kann Alter, ich hoffe so, dass sie mich jetzt nicht wieder anquatschen, die Polizisten, wenn ich jetzt hier runterlaufe, das ist unherflich Ich hab das früher wirklich übelst gern gespielt Das Spiel Ich meine, er hatte auch alles Das ist voll der Hammer Hallo! Lass die Sonne rein, Hammerstein! Lass die Sonne rein, Hammerstein! Mama, ihr solltet in eure Pizzeria Karaoke veranstalten Oho, oh, oh, oh! hier in den job angenommen als abschlepp wagen so und das hier wäre ja viel zu einfach also kommt die berlin geht nicht weiter bitte mal auf der anderen seite okay dann machen wir das mal ich habe ja auch meine sachen so schön gepackt man auf deine komischen linge hinzuschmeißen muss auch durch da sind alle so unfähig und dann kriegt man einen hund unter kontrolle ist doch schrecklich aha bist du lustig ich will sie an der strecke weil ich gut bin soll ich mal draufklicken wir haben auf dich gewartet na das ist doch mal was wir bringen das auto zurück wir gehen nicht weit wir haben auf dich gewartet wir sind gleich wieder da okay geh mit uns zur strecke weiter weiter hier gibt es nichts zu sehen alle weiter gehen nichts zu sehen hier ja ich kann aber nicht weiter gehen ich kann hier nicht weg ich will jetzt den komischen dienst machen also habt ihr das komische auto dran das ist schön ich sagte willkommen gleich wieder ist schon aufgeladen das aber nett ich hoffe das behindert mich jetzt nie beim fahren das auto kann ich wieder einsteigen irgendwie die leute an der strecke sagen dass du alles im Griff hast ich sehe dich in der werkstatt okay ähm und schon wissen wir da wow schon wieder da nur gut dass du das reparieren nicht so drauf hast sonst könnte ich mir gleich einen neuen job besorgen ha ich wusste du schaffst das mama schließlich hast du Öl im Blut Olivenöl naja vielleicht sehe ich dich später im restaurant nochmal mal danke okay bitte und jetzt verpissen wir uns yeah break by break sooo und damit hätten wir halt schon alles mit der mama abgeschlossen verbleiben nur noch wie viel waren das vier äh drei drei andere oder gehen wir wieder zurück vier andere okay und die machen wir dann danach allerdings sind ja auch ein paar hier entgangen ähm keine sorge du wirst schon noch merken was ich meine ach jetzt erinnern ich folge es irgendwie ziemlich kurz ich glaube ich muss noch was machen da war aber ein Berg ich weiß nicht wer war's ja ich weiß da war dieser komische Bär na komm wir gehen da mal hin you can do a break by break mann mann ich brauche eigentlich ein Gefährt jetzt äh ja lag man sieht ja wie anspruchsvoll das Spiel ist kann schon mal passieren das ist ein bisschen leck aber egal ähm ja gehen wir jetzt hier mal irgendwo hin hallo wechsel dich hoi gesundheit und nochmal umgelatscht ich bin so freundlich heute du 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 okay so was haben wir hier noch ein frame einbruch und hier ist nämlich an der seite lang wo man nicht lang kommen aber auf der anderen seite müssen dann kommen jetzt dass mich hier durch wo kommt man denn also früher ist man hier mal angekommen kann man hier rein die geht doch hier lang ist man doch hier lang gekommen also ich bin hier lang gekommen aber hier komme ich jetzt kommen nicht mehr vorbei eigenartig vielleicht muss ich von oben runter kommen egal dann fahr ich erst mal mit dem auto weg oh post hallo post kann ich was machen ach na da dreht sich einfach mal das ganze haus ist ja auch nicht so schlimm ich bin der typ der die pizza bringt der flitzer mit der pizza ja du bist mein sohn ja ich bin deine frau warum auto was machst du auto 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 hey auto oh mein gott auto hallo wo fährst du hin ich hab dich da drüben geparkt was soll denn der mist ach lass mich doch in ruhe für das auto hallo freund machen wir uns in die jukebox rein so äh ja lade jukebox ist wirklich sehr anspruchsvoll dieses spiel sieht man ja ne ist halt alt spiel nur das lade Das Lied ist der Hammer. Ich liebe das. Hört man es auch, wenn man noch weiter weg geht? Ja, ist ja gut. Und da ist mein Auto. Ja. Oh, man kann also auch aus der Ferne dorthin kicken. Höhöhöh. Höhöhöh. Das ist so beknackt. Egal, gehen wir wieder raus. Aufklärung. Brumm, Brumm. Auto, komm her. Ich hab dich doch lieb. Ohn Baum. Ich hab dich doch lieb. Komm her, mein Auto. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein, nicht mich überfahren. Haha. Möp, 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 möp. Übelst die feste Karre hier, die wir fahren. Ist überhaupt nicht protzig oder sowas. Sind ja keine Prolls. Wir lieben es einfach. So, gehen wir mal hier am Rand lang. Lalalala, da rechts sind wir schon runterfreuen. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Und jetzt nach oben. Die, 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 die. Das ist der Hammer, die Musik hier. Habe ich das schon mal erwähnt? Ist einfach nur.. …der Hammer. So, kommst du schon wieder her. Ich war zuerst hier oben. So, und hier oben ist es so wunderschön. Wir müssen uns hier einfach hinstellen und runtergucken. Ach ja. Es ist wunderschön. Oh. 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 Ich bin müde. Aber egal. Kannst du mir dein Fahrrad geben? Gib mir dein Fahrrad. Gesundheit. Gib mir dein Fahrrad. Ich hoffe, die Geräusche zu machen. Gib mir dein Fahrrad. Gib mir dein Fahrrad. Ich will dein Fahrrad haben. Ist gemein. Egal. Hallo. Hallo. Halt, jo. Ich geh mit halt. Und der Auto. Man kann ja wirklich von überall, überall hinklicken. Was war das? Ach, im Kopf. Also, man kann auch da hinklicken. Cool. D-d-d-d-d-d-d-d. Ja, auf das i klicken. Ich weiß schon. Und hier haben wir jetzt alles gesammelt. Alles rot. Cool. Ja, wir sind gut. Ähm. Und dann sag ich mal. Bis zur nächsten Folge. Wenn wir dann einen anderen Charakter hernehmen. Das ist bei jedem ein bisschen anders, die Jobs. Nur so. Nee, dass ihr jetzt denkt, das ist so langweilig und so. Sind zwar immer die, äh, vom Grundprinzip dasselbe, aber sind immer andere. Also immer irgendwie anders. Egal. Ähm. Wir sehen uns morgen, wenn die nächste Folge Lego-Insel kommt. Abenteuer auf der Lego-Insel. Ein Superspiel. Yeah. Okay, äh. Ja. Genau. Na? Tschüss.